Musik Hier ist die erste Diversicle Show in einfacher Sprache. Das hier ist ein Schwimmbad. In Deutschland werden Schwimmbäder zum Baden und nicht zum Boxen benutzt. Bruder, wenn du jemanden haust, dann bitte nicht im Freibad. Das hier ist ein Messer. Es ist scharf. Messer sind zum Essen da und nicht um deutsche Menschen damit abzustechen. In Deutschland ist es sehr heiß. Deutschland ist das heißeste Land auf der ganzen Welt. Manchmal ist es in Deutschland so heiß, dass ein Baum von allein brennt. Das nennen wir in Deutschland Klimawandel. In Deutschland ist Mann auf Mann und Frau auf Frau nicht haram. Im Islam gibt es nach dem Tod 72 Jungfrauen. In Deutschland gibt es im Leben 72 Geschlechter, mit denen du Sex haben kannst, Bruder. Wenn he, she, fock oder fahrt zustimmt. Das hier ist ein Zug. Du kannst in ihm sitzen. Er kann fahren. Andere schlagen Ficky Ficky, wenn die Frau nicht will, ist im Zug in Deutschland nicht erlaubt. Bruder, du brauchst ein Stück Papier. Fahrkarte heißt es. Und damit kannst du den Zug betreten und mit ihm fahren. Das hier ist eine Ziege. Bunga Bunga mit Ziegen ist in Deutschland leider noch nicht erlaubt. Leider auch nicht mit Eseln. So, Bruder, ich höre jetzt dem Muezzin in Köln zu. Assalamu alaikum.